So, Leute, dein Robo und herzlich willkommen zurück zu Letzember Drakensagen. Ja, wir sind ja jetzt nur relativ weit gekommen. Wir sind jetzt hinter den Feuerfällen und, äh, müssen irgendwie wahrscheinlich da durch. Aber erstmal müssen wir das Ding da oben finden. Und zwar das Adamantel in der Herz, deswegen sind wir überhaupt hier. Haben wir im letzten Mal schon einiges geschafft, haben die komplette Rüstung, zum Beispiel in der letzten Aufnahme fertiggestellt, haben noch ein paar Adrück fest erledigt. Und jetzt geht es langsam echt dem Ende drauf zu. Und da haben wir ihn schon. So, so. Okay, das ist der Gräumenkönig. Und den gilt es jetzt zu besiegen. Deswegen sind wir überhaupt hergekommen, ja. Nein, natürlich nicht. Nur deswegen. Hauptsächlich wegen dem Adamantel und dem Herz. Und er versteckt sich da oben, sagst du. Du bist also der König von Korumbra, ne. Herzlichen Glückwunsch. So. Okay, unsere Aufgabe wird es jetzt wahrscheinlich sein, diese Viecher erstmal zu töten. Und danach die einzelnen Kristalle sich zu besorgen. So. Ach du heilige Scheiße, warum hab ich den zu ihm so nicht angekriegt? Hast du das Ding da oben? Ach so. Das wird wahrscheinlich töten, ne? Das wird wahrscheinlich auch Schaden machen. Ich weiß es doch nicht. Alter. Das ist keiner von denen. Das steht fest. Ähm. Ich weiß nicht, was es bringt. Ich will das mal ausprobieren mit dem Falkenhaugenmeisterschuss. Gibt es noch? Naja, sonst wird es kurz geleckt. Falkenhaugenmeister. Okay, gut, keine Ahnung, machen wir auf jeden Fall über den Scharfschutz. Greif es einfach an. Ja, es kommen ja immer mehr anscheinend. Deswegen müssen wir sie mal vorschicken. Komm, das muss ja irgendwie kaputt gehen hier. Ach, das ging ja schnell. Ach so, das reicht also schon ein Schuss drauf. Okay, ähm, ja, haha, fuck. Wie machen wir das jetzt am dümmsten? Ja, töten, ne? Toll. Mal machen wir so. Du musst ihm unbedingt helfen. So, und die anderen. Kannst du mal so machen. Du klopfst den da an. Du musst auf jeden Fall schnell die vier Blatt machen. Ach doch, die sind das doch. Alles klar. Kopf, Frigo. Also Magier sowie normale Kämpfer. Verstehe. Boah, das sind ja echt fünf Viecher. Wow. Der ist zum nächsten Weg. Ja, komm, ein Schlaf noch. Dann hast du ihn weg. Okay, also, für die zukünftigen Kämpfe merken wir uns zuerst den Kristalltöten, dann den Rest. Auch wenn dann erstmal hunderte entspringen. Das kriege ich mal hin. So, auch wunderbar. Ich wollte sie gerade holen gehen. So, du haltst sie mal. So, na dann, mal weiter. Ach so, wir könnten sie nicht. Nein, nein. Sag ruhig, ich will nicht. So, ich wollte das da. Das da. So, den da und du machst. Wir könnten ja mal das da machen. Wissen, halbkeitspäin. Jawohl. Schimmer. Mach's mal. Mach's mal der. Warum muss ich, dass er dasselbe macht? Ach, das ging ja schnell. Okay, dann hätte ich gar nicht zaubern müssen. Na gut. Jetzt hat er Kopf, Frigo drauf. Okay, ähm, wir heilen uns mal fix. Warum kann ich denn keine Arme trotz mehr machen? Hä? Weil es so viel kostet, Hammer hat. So, okay. Sind jetzt mal alle geheilt. Können wir weitergehen. So, okay. Ähm, der König muss also nur einmal getroffen werden. Verstehe. Was sind das hier für Dinge? Äh, hä? Da sind Steine. Meinst, ja. Tschüss. Viel Spaß noch. Ähm, was ist das jetzt hier? Hm. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Aha. Okay, das stimmt so. Das ist so richtig. Aber nicht schon, weil, 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 halt. Keine Ahnung. Ähm, wir giften uns mal fix. Schwäbestein. Hm. Ja, keine Ahnung. Hauptsache, wir kommen bei einer, ne? Okay, erfüllt. Ich speichere mal. Zwischendurch, so. Okay. Greif das Ding an, bitte. Ist kaputt? Nein, ist ja nicht kaputt. Sie hat irgendeinen Trauma. Jetzt ist es kaputt. Super, freut mir. So. Oh, ne, dann machen wir die erste kaputt. Sind nur noch zwei, kommt schon. Beiler. Find ich das Ding. Das geht doch. So. Das geht doch schneller als gedacht. Komm, jetzt der Böde König wieder, ja. Scheint nicht. Doch. Sag, dann greifen wir an. Klingt zwar nichts, den anzugreifen, weil der ja keinen Schaden nimmt. Cool. So, schon ist er weg. Okay, wir müssen also immer die Platten hier ranschaffen. Ähm. Ihr habt natürlich keinen Plan, wo es richtig ist. Jetzt würde ich wahrscheinlich jedes Mal eine Falle auslösen. Au. Au. Aha. Der ist jetzt den Stein nach oben gegangen. Okay. Danke. War, war, war schmerzhaft. Okay. Geht mir schnell. Heilen uns gleich hinterher. Ach. Gott, das ist ja beschissen. Woher soll ich denn wissen, welcher Stein der richtig ist? Das ist echt nur raten und Schaden nehmen. Naja. So, weiter geht's. Schön, dass es wenig Mahner nur frisst. Okay. Ach du heilige Kacke. Ich sehe ihn. Ich hoffe, der kommt mal ran. Äh, du machst wieder das. Ah, okay, doch, sie hat mich getroffen. Sehr gut. Ich habe eigentlich schon gedacht, das wird nichts mehr, aber geht doch. Heu, heu. So, und der letzte noch. Wir könnten ja geschlossen drauf gehen, aber dann müsst ihr nicht. Schon gut. So, der ist ja gleich tot. So, der ist ja noch nicht mehr. Oh, das ist ja noch nicht mehr. Oh, kein Ahnung. Warum Puurum oder irgendwas. So. Dann gehen wir mal noch dahinter, weil der ist ja noch so ein Teil. Du musst ja noch nicht mehr. Wenn die Konsolen-Dienstbums. Also viele sind das für ein Stück. Wow. Okay, na dann gehen wir mal zunächst. Ich bin. so der ist es nicht es ist nicht so unglaublich durch die es gerechnet der immer dafür aus wir haben irgendwas neue der Ich kann ja eh nichts mehr dran machen. Na gut, dann wird es schon stimmen. Schätze ich mal. Achso, wir machen jetzt die Steinchen, ne? So, dass man da hochlaufen kann. Jetzt verstehe ich das. Jetzt verstehe ich das auch. So, okay. Na, dann wollen wir mal wieder nach oben. Noch weiter. Dann müssen wir noch zu diesem geilen Kristall noch holen. Das Ding da. Deswegen sind wir hier. Jetzt sind wir ganz schön weit gekommen schon. Gut, ich habe heute in den letzten Tagen sehr viel aufgenommen. Ich habe da echt gedacht, hm, komm. Tragen, das habe ich schon gar nicht mehr gemacht. Ich habe Zeit. Ich möchte tun. Lass mal eine Session machen. Also zu tun habe ich schon, aber eine Zeit dazwischen hatte ich halt nichts zu tun. Und da konnte man nochmal aufnehmen, ne? Ja, warten wir mal ab, ne? Schau mal. So, ja, und deswegen habe ich jetzt einige Folgen aufgenommen. Ich glaube, weil wir das bei uns an die 20 oder so, oder 30 locker angesammelt haben. Das ist schon eine ganze Menge. Die kann ich dann auch langsam mal hochladen, wenn ich mal wieder Internet hätte. Aber in der Zeit, wo ihr diese Folge seht, ist schon wieder wahrscheinlich Dezember oder Januar. Da habe ich schon wieder ein lange Internet. So, machen wir das Ding kaputt, ne? Hallo? Sie muss kaputt gehen. Mein Gott, der trifft zu dritt nicht. Ein Vieh. Will ich wie nix. Hallo? Was geht denn ab? Das ist der Scheißviehblatt jetzt. Das ist gleich wieder voll geil, ne? Das geht doch noch. So. Boah, unser Bär hat gar nicht viele Effekte drauf. Sag mal, willst du das Ding nicht mal kaputt machen, ne? Wie wäre es denn? Ach, komm. Ach, du halt. Das war jetzt für erwarten. Super. Genau deswegen sollte ich Läuber gar nicht was glauben. Das ist ja ein Ding. Der war es mal kaputt. Da. Das war gar nicht. Ja, super. Da, noch einer. Der da. Da kommt. Okay, das hat er ledigt. So, vorgegriffen. Was kann man hier aus dem Grunde? Kristallplitter. Aha. Okay, habe ich ja dann übersehen. Scheiß drauf. Geht nicht zurück. So, jetzt müssen wir hier drücken. Sind so gut wie tot. Also, keine Ahnung. Hä? Der da? Der was nicht. Äh, der da? Der was nicht. Der da? Der ist es nicht. Oh, da kann es ja noch der sein. Ach, herrlich. Ich bin so gut in diesem Spiel. Das ist unglaublich. Ja, komm, das ist aber nur ein Radrätsel. Man kann ja gar nicht wissen, welches es ist. Ähm. Kannst du das schon erreichen? Hm, mal zu erwarten. So, wie lange muss ich denn da verwandeln? Aua. Na, toll. Ach, dann gehe ich halt ran. Hier. Mach das Ding kaputt. Ah, mein Gott. Oh, ich bin gleich tot. Ach, scheiß ein Dreck. Ähm. Ja. Ne, dann nicht. Dann greif das mal an. Komm, ankei. Und er ist weg. Äh. Also jetzt bitte diesen scheiß Rest. Zeig, aber. Ist das nervig. Schade, dass man einen in den Toten sucht, dann nicht wiederbewehen. Ist ja ganz nett. Jawohl. Halbkreisbild. Komm, mach's schneller. Führ. Ardo. Ich muss jetzt ganz schnell sterben. Boah, neun. Warte. Na gut, die haben ja auch keine Verteidigung, ne? Wann musst du denn da ran? Schätzelein. Das ist das kack Ding kaputt dahinten. Noch mehr. Ich freue mich. Wie viel Händen da scheißdinger aus? Jetzt ist kaputt. Sehr schön. Okay, 1, 2, 3 ist noch genug. Ähm. Wie kann das da? So, der Bärkämpf gegen 2. Kannst ja mal. Den Dinger sind die Ombau klatschen hier. So, der ist weg. Der ist weg. Der ist weg. Okay. Der ist weg. Komm, sind nur noch 2. 3. Ne, 2. So, und dann war's das. Wenn ich mal einen Gnamenbruch höre, wäre ja scheiß drauf. So, stehe. Okay, du heilst unseren Helden mal. Das hat übrigens gleich... ...einen... So, na. Gib euch. Es geht los, ja. Geht gleich richtig los hier. So, du heilst ihn mal. Dann müssen wir es jetzt hin vorgehen. Papier. So, oder er heilt sich einfach selbst. Das kann er eher wissen. So, okay. Dann können wir ja weitergehen. Die letzte Hürde. So, die Maronautkrebs teilschtern bitte mit. Sobald wir ihn hier... ...wegenervt haben. Komm, komm her. Nicht, er soll den Scheiß sauber nicht ersprechen werden. Danke. So. Okay, fangen wir mal an. Falsch. Richtig. Wow, gleich zwei Klammbrüche. Nur noch so ein Cockroach. Rigo. Na, super. Okay, immer sind die Klammbrüche weg. Dann kannst du ja mal eine Klammbrüche noch auf dich setzen. Und dann ist er wieder okay. So, wir speichern mal. Sind ja schon bis oben. Sind ganz nah an einem adamantenden Herz. Denn davon ist es nämlich schon. Wahrscheinlich müssen wir vorher noch den verdammten König umbringen. Ich gehe immer stark davon aus. Ob er uns jetzt noch ein paar Mal begegnet? Keine Ahnung. Wir werden auf jeden Fall mal... ...füllen wir noch rein. ...das hier machen. Ein bisschen armer Trutz. Hilft nämlich. So. Ja, König von... ...Krolmenheim. Keine Ahnung. Du bist jetzt dran. Oh, verdammt. Schmerzhaft. Hä? Hä, wo ist denn der? Ja, der deportiert ist natürlich jetzt schon die ganze Zeit, ne? Keine Penner. Ich mache euch alle. Ich sag dir. Wo bist du? Nein, hinfahrt, mein Stein. Hinfahrt, zerfällt sich. Ich bin zweit. Ich will mich eben demnach. Wir wollen einen Ries. Wir haben unseren Home.